Ich kann hier halt eine Olle befreien, Mann. Und dann gehen wir jetzt... Wir können da hoch und die war ja hier in diesen Gang, glaube ich. Oh Mann, ist das gerade unangenehm. Oh, ich finde das gerade richtig unangenehm tatsächlich. Weil... Die war doch... Also diese Puppe war hier. Wisst ihr doch, was ich meine? Die Puppe! Ich hab Arme. Die hat doch Arme! Vor dem Raum mit dem Geist vielleicht? Die Puppe? Nee. Warte mal. Oh, ist das genial. Aber die Ansicht... Ne, aber ja, ich hasse das voll jetzt. Ich hasse das richtig hart. So. Jetzt den Raum... Jetzt den Raum erstmal wieder finden, ne? Ich muss mir das aufschreiben, Leute. Ich muss mir das unbedingt aufschreiben. Äh... Ich geh nochmal hier rein. Die Puppe von dem großen Raum... Aber die hatte doch Arme, oder? Scheiße, aber ich glaube, ihr habt recht. Das war die einzige, die mir gerade einfällt, wo wir das machen könnten. Und ich weiß natürlich auch voll, wo die ist. Boah, das ist dieser Raum, ey. Boah, ich schwöre euch, ich muss mir das alles aufschreiben. Wo war der Raum? War der hier? Ich glaub, der war hier. Ich hab nur eine Armlinke davon... Ich glaub, der war da. Ich glaub, der war da. Der Raum oben rechts... Ah, ja, dann war es... Es ist mir leichter gefallen mit den nummerierten Räumen. Tatsächlich, als sie nicht beschriftet waren. Ich weiß nicht, warum, aber es ist mir einfach ein... Es ist mir leichter gefallen. Oh Gott. Nein, das war nicht der Raum. Scheiße. Oh, das hätte jetzt so viel Sinn gemacht. Okay, warte, warte, warte. Dann ist das der gleiche Raum wahrscheinlich unten. Nee! Der Raum war's! Hier mit den Durchbrochenen! Der Raum war's! Hier mit dem Loch in der Wand. Okay. Ähm... Uh, äh... Puh, ähm... Oh Gott. Dauert nochmal eine Weile. So. Wischen. Ja, doch, ich glaub ja. Und dann nach oben. Okay. Aufzug und runter. Ja. Wir müssen nach oben. Wir müssen nach oben jetzt. La, la, la. Nach oben oder nach unten? Ich weiß es einfach nicht mehr. Nach oben, nach oben, nach oben. Haben wir gerade gespeichert? Wir haben gerade gespeichert, ne? Ist übrigens echt gut zu uns speichern. Achtung! Jetzt kommt wieder hier oben die Lampe. Nicht erschrecken. Niemand geht da hoch. Guck mal, wie ich hier da hochgehe. Oh, dann machen wir mal kurz den Funk. Wupp. So. Vielleicht da oben. Ja. Kommt das auch auf YouTube? Ja. Ja, ja. Das kommt auch auf YouTube. Gut. Jetzt sind wir hier. Und müssen jetzt... Ich geh mal den Sicher... Ich nehm den Sicherung weg. Da, wo wir auch die Karte noch sehen. Ich hätte gerne natürlich den anderen Teil der Karte auch mal gefunden. Boah, bitte. Schreck mich nicht. Ich muss noch kurz... Aha. Boah, Gott. Ja. Ja. Na, 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 na. Hallo, guten Tag. Wir spielen hier ein schönes Ohr-Spiel. Ja! Ich geh mal hier rein und jetzt geh ich dann wieder nach links und einmal da vorn hin. Links, rechts, links, rechts, raus. Links, rechts, links, rechts, raus. Wer kennt's noch? Links, rechts, links, rechts, raus. Und da ist die Tür, glaub ich. Oh. Ich geh hier durch. Da ist ne Tür. Da geh ich auch durch. Eine durchbrochene Wand. Ah. Sie hat wirklich keine Arme, ihr hattet recht. Hier hast du deine Arme jetzt wieder. Yeah. Ja. 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 Ich geh verarschen. Ach so. Oh, warte. Das ist ja lange her. Nein! Jetzt hab ich A gedrückt. Olle, krieg dich ein jetzt. Ich bin auf das, primeval. Ich muss mich ganz kurz konzentrieren, ja? Ich muss ja kurz durch Safe-Rooten. Was hat sie gesagt? Ich wünschte so sehr, ich kann das sprechen. Ich hab mich jetzt voll... Das war so ASMR. Ich war so gechillt, als sie das gesagt hat. So, wir können zur Spieluhr, ich weiß übrigens, ne? Wir können zur Spieluhr, ich weiß übrigens, ne? Der ist immer noch da. Der ist mir nicht irgendwo, der Penner. Ich bring nichts mit der Karte, ich muss das hier alles irgendwie auswendig kennen. Und das ist grad, äh, ich weiß aber jetzt hier. Und dann Treppe runter. Wir sind hundertprozentig jetzt grad genau in den Raum schon vorbeigegangen. Ich geh jetzt natürlich wieder am weitesten weg, aber egal. Das ist aber, das ist aber jetzt richtig Gas gegeben, ne? Aua! Haben wir grad Feindeskönnen bekommen? Wann hat der mir denn einen reingehauen? Hab ich gar nicht gemerkt. Wir sollten uns heilen. Genau, das mach ich jetzt. Das mach ich jetzt. Was? Immer wieder dieser Raum, ey. Wir haben also eine schon befreit. Eine. Durch das Messer panen. Oh Mann, das... Ist das jetzt wirklich so, dass der jedes Mal dann verletzt ist? Das ist ja voll scheiße. Das ist so scheiße. Okay. Wir haben also noch eine Perle bekommen. Und wir haben das hier bekommen. Dann müssen wir, äh, hier in den Masters... Nee, warte. Nee, nee, nee. Den hier. In den Raum hier. Direkt nebenan. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht, ne? Müsste es genau der Raum sein. Hier. Dat Erinnerung. Nein. Hallo. Jupp. Schatten nicht tot. 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 Not, not, dead. Boah. Alter, ey. Der Schatten ist ja... Der ist ja noch viel übler. Der ist ja noch viel übler geworden. So. Jetzt haben wir, okay, Peach. Ganz klar. Peach. Wer hat denn... Warte mal, warte mal, warte mal. Oh, das ist aber schön. Das ist ganz gut, dass die uns das schon mal sagen. Peach gehört dann Probieren wir einfach wieder aus in den Raum. Ähm, hm. Das ist übrigens noch etwas, was ich nicht verstehe. Dieses Säckchen, das wir, äh, hatten. Das Magnolien-Säckchen war von Jin-San. Dadurch haben wir ja ihre, quasi ihre Arme bekommen. Jetzt hat die uns aber ein Säckchen gegeben und ich weiß nicht. Und, äh, ich weiß es einfach nicht. Das wird, äh, warte mal, das wird... Ne, warte mal, ganz kurz. Aber wir hatten noch Metall. Ich verstehe das alles nicht, ey. Das Blumenrätsel könnte helfen. Aber ist es denn schon soweit? Ne, Mixer, Sorkin' Souls. Ja, das haben wir ja schon gelesen. Warte. Flowercup. Da ist übrigens auch was markiert. Elegant, like, äh, Jade. They saw us... Ne, 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 ne. February, Magnolia. Ah, jetzt verstehe ich. In Februar, Magnolia. Februar, Magnolia. Okay. Dankeschön. Okay, dann hätten wir jetzt... Was haben wir gerade gekriegt? Vielen Dank übrigens. Dann haben wir jetzt, äh, Peach. Peach? Ist März. Wir haben noch kein im März. Okay. Also. Das Peach-Säckchen ist entweder er, äh, äh, oder da. Hm? Richtig so, ne? Wie lange willst du noch spielen? Eigentlich heute, bis ich es durch hab. Wir sehen, wir kommen total gut voran. Dein Monapan. Ja, ja. Äh. Tütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütüt haben. Wollen wir mal kurz das gucken. Nein, das macht keinen Sinn. Auch erstmal noch nicht. Also das ist ja das Pömm hier. War da jetzt gerade noch was mit dem Blumen? Hier. Hm. Achso. Ja, auf jeden Fall kam mir gerade so vor, als ob ich das noch nicht wusste. Okay, Entschuldigung. Der Schlüssel, ich dachte auch gerade eigentlich wie Cherry Blossom, da dachte ich jetzt eben, das ist einfach nur etwas, was so heißt und jetzt nichts wirklich damit zu tun hatte. Da steht es ja auch Pfingstrose. Oh, okay. Der Schlüssel hieß Spring, also Frühling. Frühling gehört zum Drachen als Guardian. Der wiederum zum Element Holz. Wäre das nicht Wozi? Ich rate nur. Oh mein Gott. Wohnzimmer. Ich meine, wir können natürlich jetzt hingehen und dieses Säckchen, äh, in diesem Raum einfach mal auf jede Pagode legen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das Spiel das genau so wie, das, mir würde jetzt gar nichts anderes einfallen, was wir als nächstes tun sollten. Wir haben aber hier wieder so eine Kugel gekriegt. Die können wir aber wohl auch noch nicht. Damit können wir 100% noch nichts machen. Das dauert noch. Ich würde dieses Säckchen einfach mal irgendwo drauflegen. Wir brauchen tatsächlich auch noch Blut. Wir haben noch die rote Tür. Da ist unsere Tochter. Ich glaube, scheiß drauf, die werden wir nie betreten. Ich habe Wohnzimmer. Ja, ich sage mal Wozi mehr. Wozi mehr. Hilfe. Ah, wir kriegen das alles irgendwie hin. Wir kriegen das alles irgendwie geschissen heute. Ihr wisst gar nicht, wie sehr mich das einfach immer beruhigt, dass wenn ich hier sitze und der Chat einfach selber... Wir sind heute... Wie viele Zuschauer sind wir gerade? Ich habe keine Ahnung. Ich wollte mal hier so ein Ding empfehlen. Warte mal, ich sage mal irgendwie... Wir sind jetzt... 4430 Zuschauer. Oh Gott. Ähm. Oh Gott, der Druck, ne? Ne, ähm. Und trotzdem ist es im Chat so, dass, äh, die meisten Leute es nicht wissen. Das ist mich als Streamerin und, ja, äh, ich glaube, da wurde geopfert. Äh, lesberin beruhigt sowas so krass, weil auf YouTube ist es immer so, nein, YouTube, ihr seid nicht böse, ne? Aber meistens hast du halt immer so diesen einen, der sagt, da werden wir sofort drauf gekommen. Deswegen beruhigt mich sowas einfach immer. Du legst falsch, das ist Peach, Peaches und nicht Peach B. Peach S und nicht Peach B. What? Ähm. Ähm. Ähm, 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 ähm. Ich schaue dem Bein hoch, ich bin sehr verwirrt. Vergiss die Tochter und hau ab. Ja, ist das eine Möglichkeit hier? Savannah, vielen, vielen Dank. Hm. Ja, das ist natürlich jetzt die Sache. Was macht man jetzt als nächstes? Kacke, was macht man jetzt als nächstes? Ich bin jetzt hier. Ich muss mal hier hin. Ich gehe mal, ich gehe mal ganz kurz dahin, ne? Schatten, Schatten. Oh mein Gott, bist du doof, Hase? Hör auf! Hase! Oh Gott. Kein Getränk. Oh Gott. Hase, ich gehe hier voll vorsichtig raus wegen diesem blöden Schatten. Oh Gott. Du musst in 10 Minuten warten, bis du dich mal bewegst. Du hängst ja nur im Menü. Ja, aber hättest du nicht da gucken können? Ich hätte das schon längst gelöst. Boah, Hase. Ich schreibe auf YouTube. Hase, hilfst du uns? Was muss ich jetzt machen? Komm, du guckst, du guckst das doch auch. Oh, da unten Main Menu, das ist, äh, das ist Taiwanesisch für Spiel lösen. Ohne Scheiß, hättest du das alles gewusst gerade? Ich hab gar nicht, ich weiß gar nicht, wo du bist, ich höre, da tanke. Achso, ja, wir mussten das, wir mussten gerade schienische Zeichen googeln für Elemente und, ach, Hase, frag einfach nicht. Das ist jetzt mein Lieblingsspiel. Ja, aber wir sind, ich glaub, der Chet und Evel sind sehr stolz auf uns, ne? So, dankeschön, Hase. Na, wenigstens jemand. Ich liebe dich, Hase. Ich liebe dich auch. Ja, ich soll liebe Grüße sagen. Oh, I should drink. Oh, ich hab mich auch so erschreckt. Oh, ja, schön, da haben uns alle erschrocken. Scheiße. Grüße zurück. Oh. Alter, Alter, ich scheiße mich ein hier. Ich muss das genauso aussprechen, weil es halt einfach so ist und ich muss da vorne immer noch hin. Ich scheiße mich ein. Richtig harte Nuggets. Oh Gott, ich werd's so bereuen, ne? Ich werd's so bereuen, und ich weiß das jetzt schon. Das ist doch wieder so ein Ding, wo der rausgesprungen kommt, oder? Du, Penner! Da bin ich aber mad. So. Ich will auch Nuggets fahren. Ja, Nuggets wären geil. aber geil. Woher ist die Kopfhörer? Die sind einfach nur von Amazon. Ich hab tatsächlich sehr günstige genommen. Sind so 19 Euro Kopfhörer. die... Oh. Okay. Das heißt, wir sind schon wieder eigentlich richtig hier, ne? Mann, das arme Mädchen, ihr habt doch gar nichts getan. Mann! Das war schon? Kennen wir die... Echt, das war schon? Wo war ich denn da? So, jetzt nochmal. Oh. Hm? Hattest du den Tresor schon geöffnet? Ja. Sag mir nicht, dann müssen wir nochmal rein. so. Es gibt zwei Peach-Säckchen, was? Nee, also das glaube ich ja nicht. Ich lege das jetzt einfach überall drauf. Ich weiß, wer hier... Oh, die Arme. Steht die da noch? Die hatte ja eine Miscarriage, ne? Also sie hat ja eine Fehlgeburt gehabt. Da müssen sich Leute die zweite Ruhe unterhalten. Ich gehe mal ganz kurz erstmal hier rein. Gut, die ist bei dem Master Study. Das muss jetzt auf der anderen Seite sein, oder? Warte mal. Ich wette, die Tochter ist... Die ist nie im dritten Teil. Hör auf, es gibt keinen dritten Teil, die wieder die Nummer spielen. Wo ist die eigentlich? Äh, äh, hier, ihr Kreni? Seht die? Ach, Mist. Ähm, weiß schon. Dich meine ich, die mir das empfohlen hat. Wo ich jetzt den zweiten Teil spiele. Auf Twitter. Auf Twitter dann so, ja, hat sie irgendwas geschrieben, habe ich geschrieben. Ja, ja, du hast bestimmt jedes Mal so... Die hat bestimmt so einen Bluttanz gemacht. Immer so, zweiter Teil Release. Zweiter Teil Release. Immer so das beschworen. Und auf einmal war der fertig. Auf einmal war der fertig. So, ähm, hier, hier müsste die sein. Hier. Wenn die noch da steht. Da stand die. Aber ich weiß nicht mehr, ob die noch da ist. Aber ihr wisst, was ich meine. Oder ist das die gleiche? Was müssen wir für den dritten Teil opfern? Nichts. Wir müssen da nochmal hin. Ähm, ja. Hm. Ach, ich nehme mal lieber den. Puh, okay. Ja, weiter geht's. Also, Puh. Also, Grafiken. Hurenopfer. Ich opfer doch den Huren nicht. Der arme Huren, der ist der einzige, der uns die ganze Zeit hier beisteht mit seinen Notizen. Der ist der einzige, der halt super unschuldig ist. Und guck mal, und die Frau ist gerade das Mädchen. Also, ist doch irgendwie schon so. Jetzt soll ich die ganze Zeit eigentlich, dass ich die Tür wieder aufschreibe. Extra für dich früher released. Hurra. Yeah. Hurra. Hauen wir Huren. Wir hauen nicht Huren. Könnt ihr mal bitte Huren? Huldigen. Huldigt Huren. Huldigt Huren. Ich speichere nochmal hier, weil das die vergleichen in der Nähe. Weiß wie weit passiert. So. Huldigt den Huren. Wir opfern den Schatten. Haben wir ja schon eigentlich, ne? Haben wir schon. Keine Ahnung, was hier los ist. Hurenhuldigen. Ja, danke schön. Oh. Hashtag Hurenhuldigen. Huldigt Huren. Huldigt Huren. Huldigt den Huren. Ja, das würde ich an mich selbst auf Twitter schreiben. Hol den Huren. Yeah. Also für, für mich ist der immer noch ein Huren. Ja. Der war auch tatsächlich, als der geboren wurde, haben die Eltern gesagt, das ist ein Huren. Ne? Huren halt. So. Bist du noch da? Die steht aber nicht mehr hier. Die hatte aber keinen Oberkörper. Das weiß ich noch. Oh. Wo bist du? Wo bist du? Hm? Lunge Dame. Oh. Hau mal auf, ne? Study room. Jupp. Hm. Die kann doch nicht... Ist die... Die hatte oben... Was ist da die Frage? Soll ich jetzt wieder nach oben gehen? Nein. Wie kann man denn von hier aus nach oben? Backstage. Beim Practice Room sind für mich eigentlich Treppen, aber irgendwie auch nicht, ne? Achso, guck mal, hier können wir hoch. Machen wir das mal. Vielleicht ist das Kleidung... Ne, ne, da stand Buddy. Oberkörper. Und sie ist halt die einzige Puppe, naja, wo ich jetzt Bescheid weiß, ne? Die ist halt oben. Aber ich weiß ganz genau, dass da eine nämlich stand. Und da ging es nämlich auch genau um das Thema, um die Fehlgeburt. Oh, die steht da jetzt nicht mehr. Du, ah, ist das eine Lampe? Oh Gott. Obwohl, oben bist du wieder vom Wesen angegriffen. Nein, nein, nicht der Raum. Der Raum ist der unten. Oben ist der Raum mit dem Durchbruch. Obwohl, ja, das ist ja der Raum. Aber, äh, sie steht ja davor. Oh, wir waren ja noch gar nicht. Gut. Gut. Da müssen wir hin. Da können wir nicht. Dann können wir hier hin. Kann auch sein, dass das verkehrt ist, ne? Ist das nicht ein männlicher Oberkörper? Das kann natürlich auch drin. Aber guck mal, die ist fertig. Scheiße, die hat... Oh, nö, ey. Entschuldigen Sie, junge Dame. Wo ist denn... Wir gucken mal, ist der Schatten da noch drin? Oh, die hat es noch drin. Gut. Gut, ja. Scheiße, was machen wir denn jetzt? Wo soll ich denn jetzt hingehen? Ja, hier waren wir schon. Practice Room. Ihr habt recht, das ist ein männlicher Körper. Aber ich bin mir so sicher, die Frau hat da oben keinen. Ich bin mir so sicher. Ich bin mir so sicher. Warte mal. Haben wir hier noch ein Safe Room gehabt? Die Musik ist nicht so gut. Wir machen halt hier gar nichts auf der Seite. Deswegen gucken wir mal, was jetzt auf der Seite hier alles ist. Ja, das ist der. Ähm, hattest du nicht noch einen Schlüssel? Warte. Nope. Leider kein Schlüssel. Der Schatten kann überall gleichzeitig sein. Ja, da ist so seine Base, ne? Und dann teleportiert er sich halt rum. Ah. Hör auf. Nein. Oder? Nein. Ich weiß nicht ganz genau, was hier abgeht. Glaube ich. Das ist nur ein Wams. Kein Buddy. Ja, ja. Bei ihr gerade sah es genauso aus. Da stand aber auch Arms. Und hier steht Buddy. Das waren gerade ihre Arme. Alter Spiel. Wo soll ich denn hingehen? Bitte sag mir das doch wenigstens. Hör auf. Waren wir hier eigentlich? Ach ja, da gehst du doch runter. Oh, warte. Da sind wir wieder hier. Gut. Ich geh mal durch die... Ah, warte mal. Ich geh mal durch die Räume. Und gute Nacht. Alle schlafen. Das war der Schrank. Ach, das ist der... Oh, das ist so lange her jetzt. War die Puppe nicht in irgendeinem Flur? Da waren wir gerade. Da war die leider nicht mehr. So. Und lieber Chat, die Charlotte, geht jetzt ins Bett. Gute Nacht und schlafe recht schön. Wir werden uns bald wiedersehen. Ja, Charlotte, gute Nacht. Schlaf schön. Wir halten hier die Stellung. Irgendwie. Hä? Habt ihr das gerade... Der hat gespeichert. Warum hat der jetzt gespeichert? Ging es am Ende des Floors, wo die Puppe war, noch irgendwo weiter? Ja. Aber die Puppe war ja... Das ist halt länger her. Die stand halt genau vorm Raum. Hier drippt noch das Blut runter. Kannst du vielleicht ein wenig lauter machen? Mich oder das Spiel? War das Spiel... Wenn ich es lauter mache, dann gehen hier wieder alle weg. Das Spiel müsste eigentlich laut genug sein. Eigentlich. Puh. Einfach nur Puh. Sieht vielleicht unserer Zeit jetzt gerade ein bisschen voraus? Passt doch. Sieht vielleicht unserer Zeit jetzt gerade ein bisschen voraus? Also überall da... Boah. Überall da, wo wir rein können, waren wir jetzt. Hm. Eine blaue Flasche wäre ganz cool. Mit ein bisschen Blut drin, tatsächlich. Da würde ich jetzt nicht Nein sagen. Weil in den Practice Raum... Raum... In den Practice Raum, da können wir ja immer noch nicht... Äh, auch noch nicht rein. Da ist wieder safe. Da ist der Durchgang. Hm. Gut. Machen wir nochmal... Nee, komm, das... Ah, doch, komm, machen wir nochmal. Nimm mal ein Blut, Pan. Vielleicht hilft es. Nein, Saphira, alles gut. Aber dein Blut... Saphira, dein Blut ist vielleicht bläulich. Äh, vielleicht würdest du... Nein. Ah. Huren, hast du noch irgendwas für uns? Ach so, ja. Mhm. Okay. Mach mal insgesamt lauter, damit ich die Lautstärke meines PCs runterstellen kann. Nein. Ähm, ja sicher... Meines PCs runterstellen kann. Eingekreist ist der zweite... Ja, okay. Der Monat, also Februar. Ja, dann war das wahrscheinlich wirklich nur so ein Beispielding. Release Soul. Auch noch ganz lustig. Wir haben ja noch nicht mal... Wir wissen... Ja, wir wissen halt nicht, von wem das ist, ne? Es könnte wirklich von Wohnzimmer sein. Sag mal ganz kurz. Die Pagode. Die Pagode, wo wir das gerade draufgelegt haben, war ja die linke, ne? Sekunde. Ähm. März ist Holz. Ist das das Zeichen für Holz? Hier? Wasser ist das? Ach du Scheiße! Wer ist denn Wasser? Och nö. Oh, hier. Long Dan? Also Long Dan braucht sein Oberteil, also seine Dinge zurück? Ja gut, dann wissen wir ja Bescheid. Das ist... Also wir haben gerade den Körper von Long Dan. Haben wir rausgefunden jetzt. Long Dan Johnson. Genau, ich habe Long Dan Johnson genannt. Oh, falsch geschaut. Was? Warte mal, warte mal. Doch, das war Wasser. Das war Wasser. Hm. Long Dan. Nur wo ist Long Dan? Irgendwo ohne Körper, ne? Wenn noch. Die Frage ist tatsächlich... Nein, ich fahre. Okay. Die Frage ist tatsächlich, ähm... Wie machen wir jetzt weiter? Meine Güte. Wie machen wir jetzt weiter? Das ist halt scheiße. Wir haben jetzt was. Schön. Ja. Wir sollten ihn suchen. Ich war ja jetzt eigentlich überall gerade. Es soll die Luft verprügeln. Jetzt ist immer aus Versehen, wenn ich hier drücke, ey. Boah, ey. Okay, warte. Eine Sache würde ich noch machen. Wir sind jetzt hier, ne? Hier, das... Guck mal, das sind die Sachen. Da waren wir halt noch... Also hier Mirror... Mirror Room. Da waren wir noch nicht. Und hier ist die Tochter. Ich gehe jetzt mal hier rein in den Flur und wir gucken uns mal hier oben hier einmal. Ja, das machen wir als erstes kurz. Keine Kisten, die es zum Öffnen gibt. Meinst du, weil das der Typ da sein könnte? Oder meinst du jetzt allgemein? Ähm, wir haben glaube ich schon alle Kisten geöffnet. Manche sind halt wieder zu, weil... Da so ein Blödmann rausgesprungen kommt. Ich gucke mal, ob wir hier vielleicht noch irgendwas aufsammeln können. Oh, nein. Oh, Long Don Johnson. Kennt das jemand? Ja. Wo ist denn die Tochter hin? Ah, ja, da. Tochter! Hier. Hier, Tochter. Alles okay? Hast du genug zum Spielen? Verarsch uns doch eh wieder. Du bist doch eh nicht da drin. Ich lasse mich von der nicht verarschen. Ich wollte jetzt nicht stören oder so, ne? Ähm. Bilder. A преп direkter. A prät. Ja. такой Spielen. spinn. 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 Oh oh, ich seh schon. Ich hab mich so hart erschrocken. Er wird ein Kampf. Da fehlt was, hab ich doch gesagt, es ist all, ja. Was ist denn jetzt, rechts oder links? Guck mal, rechts ist das? Links ist das? Keine Ahnung. Was heißt links, was heißt rechts? Kann mir das jemand sagen? Bevor ich jetzt hier weitermach? Nein. Ach komm, ich mach einfach, komm. Mach einfach. Mach. 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 Das war's. Das war's. Oh, ihr habt recht. Huon's waist totem. Hi, Huon. 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 Hi, Huon.